hey du besten dank dass du dabei bist bei mir bei lasse bei i only die wands wir spielen heute auf dem super nintendo einen ein caveman ninja spiel joe und meck und ich auch wie sie gemacht weil ich easy peasy john mc boy bin mcc wie soll ich den oben treffen da ist der fliege man draufsteigen und dann kann ich hier hoch falle ich runter weil ich doof und dann lassen wir treffen jonas der zaube roll hier noch einmal einmal probiert ich bin nämlich ein guter john ex spieler jetzt ist es auch noch weg hallo das sei die mir das sei noch kann ich ordentlich ordentlich knöchern knöchern gut gut Das war's für heute. Und ein Schlüssel. Und da kommt er wieder. Unser Freund, der Vogel. Der kein Vogel ist. Der kein Vogel ist. Und ein Dinosaurier. Weil wir alle wissen, Dinosaurier lebten. Als Menschen lebten, als es Dinosaurier gaben. Dinosaurier. Und jetzt. Das ist natürlich keine Aufforderung, wenn er mich auf der Straße trifft, mich gleich zu kissen. Aber, warum er die letzte Kieße ist. Und das Rad. Habe ich das Rad davon? Der Zitteral. Der Zitteral hat hier das letzte Zitter bekommen. Und die Plümer rein. Hier, Pflanzen. Mmh. A lach. 하니까 herr ở Kaua. Kabo. 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 Oh, Kisis. Kisis, thank you. Thank you for the Kisis. Speichern wir nicht. Weiter geht's. Aua, Aua. Aua. Lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe. Oh, oh, oh. Da ist es vorbei mit dem Cave Manager. Und ich sag vielen Dank, dass du dabei warst. Und wir sehen uns jetzt mal wieder, wenn es heißt I don't know once. Aber einmal stelle ich ganz sicher, weil ich ein super Videospiel will. Tschüss. Tschüss. Aaaauuu. oo. Best momentos. Mr.